So, heute eine entspannte Woche. Am Anfang konzentrieren wir uns immer nur auf eine Übung. Heute habt ihr nur Kniebeugen. Und zwar mit Sprung. Und zwar 5 Stück. Bedeutet, ihr achtet da drauf. Der erste bleibt auf dem Boden. Ihr geht jetzt ganz vorne an die Hocke. Die Hüfte deutlich unter den Knie ist. Und wenn ihr hochkommt, springt ihr ab. An die nächste. Davon macht ihr 5 Stück. Die Freaks von euch, die richtig hinten sind, machen dann 10 Sekunden Pause. Und dann geht es weiter. Und die, die sagen, okay, das stresst mich dann hin, hin, raus. Weil am Anfang wird es sich wie immer leicht anfühlen. Die machen 30 Sekunden Pause. Und davon zieht ihr so viele Serien durch, wie ihr könnt. Könnt ihr ruhig mal eine Stunde machen. Gibt es halt kein Frühstück. Viel Spaß. Bis dann. Ciao.